Haben Sie denn auch schon mal Bekanntschaften geschlossen über das Internet? Nee, das mache ich nicht. Das liegt mir nicht. Ein soziales Netzwerke, Facebook oder so? Gar nicht, gar nicht. Nee, das will ich auch gar nicht. Obwohl ich schon mal reingeguckt habe, Stay Friends oder wie das heißt. Aber da musste man sich dann doch freischalten oder irgendwas doch angeben, damit man gucken konnte. Und das wollte ich schon nicht. Verstehen Sie? Also ich hätte ja selber was reingeben müssen, um dann die Fotos zu sehen. Das wollte ich dann schon nicht. Das ist mir irgendwie... Nun sind Sie ja im Internet nach diesem Interview. Wenn Sie jetzt nicht wollen, dass Fotos veröffentlicht werden? Ja, aber das ist was anderes. Dann fragt man sich nämlich schon, was nehme ich denn für ein Foto? Nehme ich eins aus der Zeit, als ich da noch Abi gemacht habe? Das ist ja dann schon die Frage. Das ist jetzt was anderes. Ich meine, ich denke auch ehrlich gesagt, wer guckt sich das schon an? Sorry, ich kenne die ja alle nicht, die das sehen. Also ist es mir eigentlich egal.